so und damit hat er was geht ab wenn er sich haben zwei werfen lehrer so viel schön dass ihr mit dabei sein wir sind wieder in seinem malraum hier in seinem kunstraum der so langsam hier mal weniger den geist aufgibt sowie da aussieht so ranzig und kaputt wir haben jetzt wir den vierten abschnitt abgeschlossen den ja seine tochter beinhaltete so ein bisschen kinder der tochter und das leben der tochter im prinzip wollte er eigentlich nur ein pinsel aus menschen haare ja und jetzt so langsam fügt sich das bild zusammen leinwand aus haut pinsel aus knochen farbe aus blut und vor allem die pinsel haare aus hahn ja kann man ja machen gut das bild hat sich auch schon so mittlerweile ein bisschen verändert jetzt haben wir hier eine gestalt die leicht zombie mäßig aussieht er will ja seine frau malen das war wirklich nicht er konnte keine ehe führen er war nicht bereit für seine tochter er kommt zu mir in die bottom of the bottle the horned master of cubism we drink to the fall of reality to the shapes sharpen and i cut myself on the rectangular infinitely straight edges of my glass and he retreats to his nest and the iris of my left eye ok ok du hast auch wirklich schon an der zinne zu ne jetzt soll ich dich mal lieber um die büde kümmern statt zu zaufen stimmt die frau haben im letzten video auch noch wieder getroffen die hat uns noch mal wieder verfolgt die sind in den wänden die schlüssel und art is beauty rights a painter recognized widely for his talent a few years back these painters as they call themselves either forgot what beauty is or decided to insult it waste of paint waste of talent waste of time die kritiker der hat echt kein bock mehr auf den maler so wie der schreibt was tust du da geht das war nur eine erscheinung sieht es aber du sei hier ich hab da wie war ein richtiges rattenproblem und ein leichtes bausubstanzproblem so wie die ganze bootie auseinander fällt das ist auf jeden Fall kein wort für ein kind du kannst eigentlich abreißen so wie sie aussieht hier dann geht es nochmal 2.0 Brenn, du Ratte. Okay, die würden, glaube ich, irgendwas zeigen. Das Ding ist, ich habe schon wieder nicht darauf geachtet, ob hier irgendwo so ein Stück das meines Bildes liegt. Oh-oh. Ich habe jetzt keinen Bock, von so Racken gefrenzt zu werden. Boah, da kommen sie ja wirklich. Das hatte mich jetzt gerade echt an The Plague Tale erinnert. Boah, da kommst du denn jetzt her? Ja. Ist das ein Auge? Ja. Oh-oh. Ja. Ey, da riecht ich wieder. Ja. Ah, zu. Hat die Frau da alle geschrieben? Oh-oh. Ja. Oh-oh. 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 Oh, ich habe eins vergessen schon wieder. Na, warum macht die noch? Ja, da hat die eigenlijk umgeklitsch die Frau hier. Was macht die noch? Warum betet die? Ja natürlich den ersten habe ich schon wieder vergessen. Jeder Fehler in der Falle. Wo war denn jetzt los? Hat ich hier mal verpasst? Jetzt kommt das Wort rein. Oh. Oops. Jetzt habe ich sie gemacht. Sehr gut. Oh, dieser Hund, ey. Oder kann ich wahrscheinlich. Hund. Frau. Tochter. Und die Verzweiflung des Bildes zu malen. Der hat aber wieder richtig Spaß. Ja. Ja. They say a picture is worth a thousand words. While this is true of many works of art, sometimes the words that come to mind are hardly flattering. Babyface is one such painting. This artistic anomaly continues to inspire thousands of mediocrity enthusiasts, when in fact, it is little more than a sideshow attraction. Frankly, this is hardly even art. It's merely a doodle. It's what you get when you lock a not very well adjusted painter in a dark basement for a week. Even putting aside the flawed execution, the painting is still deplorable. Oh, they have all the kind of a look on the camera. Here. The gives you to all the money. He loses completely understanding. But that's what I want. You left me alone. Jungs. What is that then? ich erkenne ja nix drauf okay kann man ja noch mal sehen toten schädel eine karaffe ein traum tisch vorhang was das das hat auf dem kopf natürlich auch als in der schwarze hier unten dieser zipfel da irgendeine person ist hier steht du es gedreht aber ich habe keine ahnung was das ist da bin ich überfragt wenn ich sie hier fest so dass du wie fest mehr da nicht ich glaube dann auch noch ich hätte irgendwas gelesen ich kann es nicht da ich kann es nicht haben da steht das und man abdrücken das neu der strengel spielt passiert viel zu viel jetzt du kannst es nicht haben es ist eine neue Helm Das war's. Ich glaube, wo ich rausgehe jetzt hier? Ja, wohl, ne? Was steht denn hier so? Oh, ich kann hier lesen. Alter, Junge. Ich weiß nicht, was er da ist. Ich weiß nicht, was er da ist. Ich weiß nicht, was er da ist. Ist das sie? Kann sie uns hören? Das ist alles fixabel, oder? Nein, du verstehst nicht. Ihr Gesicht. Ihr Hand. Ich... Sie wird sich devastiert. Ja, wenn du eine Verbrennung hast. Wenn du gar nicht viel gerades hast. Wenn du eigentlich leidenschaftlich für die Klavierspielerin bist. Boah, ist das laut. Okay. Ja. 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 Jetzt geht's. Ich glaub, da musst du so. Das Ding ist, um den zu drehen, muss ich die Kamera-Joystick drehen und dann dreht sich die Kamera weg. Ja. Was ist denn hier los, Alter? Vollert. Aber geile Bude, Alter. Richtig geiler Raum. Ich muss erst an Mutter-Theresa denken. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ja. Wenn ich so ein Bude hätte... Schon richtig nice. Mit den ganzen Bildern hier. Vielleicht würde ich noch ein paar Bücherregale reinstellen. Dann muss ich jetzt wieder zu ihr. Scheint. Okay. Jetzt gucken Sie... Jetzt gucken Sie Sie. Jetzt gucken Sie. Ja. Ja. Das Wohl! Das Wohl. Das wär precise. Das war 3-1份 Spiel unterstützt. Es gibt die Bruno Gröning kardeşumыхあ Peak. Ja, ich bin hier eingeschlafen, stimmt. Ich bin ganz schön fit. Nein, wo geht's? Oh, deep breaths, deep breaths. Remember, you're a professional. It's just the first few strokes. And you're over the hump. What's so hard about it? Alles? Oh, da hat Christian einen... ...genau diesen Scheiß zu verkacken, dann mit dem ersten Pinselstrich. Aber du bist ein guter Künstler. Oh, that's all this earth. That's all this earth. Was ging denn jetzt ab, Alter? Was ging denn jetzt ab? Oh, what the hell? Was war das denn jetzt? Oh, jetzt sollen wir die Kerzen abbringen. Okay, das muss wahrscheinlich so. Weiß ich aber auch nicht. Was ging denn auch so? Okay. Oh, Entscheidung. Hier runterfahren können. Oh, no. Oh, no. das sei laut also falsche entscheidung weil ich schon wieder in anführungszeichen gestorben bin ich treffe ganz viele schlechte entscheidung da muss das alles so was ist das ach so ich kann mich jetzt entscheiden zwischen alkohol und wir sind doch guter ehemann malerei und also für mich ist er jetzt klar aber an seiner stelle also wenn er jetzt sich selber wäre ich glaube dann wird er das nehmen wir sind guter vater wir nehmen die ziel ich weiß nicht ob das irgendein ausmaß jetzt hat oder irgendwelche konsequenzen was ist das ich glaube seine frau vor dem brand okay und so our agreement although fruitful must come to an end we seek someone who understands modern art a little bit better who is able to engage with it and you sir i don't seem to be that person anymore your reactions to other reviews and letters from our readers don't encourage further collaboration greetings also der verliert gerade wirklich alles frau kind malen und 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 Das ist eine gute Frage, Peter. In fact, das ist eine sehr komplexe Mischung. Einige Menschen denken, dass es nur auf die Farbe auf die Kanvas ist, aber sie sind falsch. Ich glaube, dass jeder Detail muss in der Meinung des Arztes sein, bevor der erste Strecke ist. Der Prozess selbst ist eher über folgen diese Preconceiven Schritte, statt zu gehen mit dem Brush. Ich persönlich habe es immer als ein Ritual. Ein Ritual? Das ist ein Ritual. Nicht wirklich. Aber ich werde sagen, dass es ein bestimmtes Risiko gibt, um zu kreieren. Der Arzt muss erst einmal sich selbst verabschieden. Figurativlich, natürlich. Wenn der Arzt übernimmt, was die meisten Leute sehen als nur die Werkzeuge der Verkaufung werden die Implemung seiner Erkennung. Heilige Arztes. Ich würde nicht so weit gehen. Art ist oft ziemlich schön, aber der Prozess hinter dem, wenigstens so. Wo bin ich da jetzt gekommen? Ich bin jetzt gerade voll verwirrt. Warum hängst du fest? Das ist wohl ja auch verständlich, ne? Ja. Ja. Und wow. Ich habe schon wieder eins vergessen. Oder nicht mitgenommen. Ich habe jetzt nur ein Bild vollständig mitgebracht. Traurig aber wahr. Gut. Dann würde ich auch sagen, wende ich auch mal hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit der Beifahrung und Bock dabei seid. Jo. Und soll ich das so großartig zu sagen, ne? Wenn wir im nächsten Video hier weiter noch die Sekunden den fünften Abschnitt dann beenden. Und so langsam bricht ja auch einfach alles bei dem weg. Frau weg. Na gut. Ich weiß, ich habe zu dem Punkt, weil jetzt hier die Froschen weg ist. Kind nervt ihn. Hund nervt ihn. Er kann nicht malen. Er dreht voll am Kabel. Dann seine Sponsoren brechen weg. Oder ein größerer Sponsor. Oder Galerie-Mensch oder wie man es nicht. Junge Junge. Ingo verständlich, dass er irgendwann hier sein Verstand verliert. Und dann anfängt hier mit Blut zu malen und so ein Tünniff. Aber Jutti. Dann werden wir mal gucken, wie das hier DFL-Spiel ausgeht. Weil jetzt ja endet das ja nicht gut. Und das kann mir wieder das Ende ist. Aber. Mal gucken. Werden wir ja sehen. Jo, da würde ich sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid auf jeden Fall gerne am nächsten Mal dabei. Wäre ich ganz geil. Müsse ich euch auch wieder selber freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt auch wieder noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschukadu.